Ich bin noch schwerhörig, das weißt du doch. Ich werde den ganzen Tag angebrüllt auf Arbeit. Ja, dann mach du vielleicht irgendwas falsch, wenn du angebrüllt wirst auf Arbeit. Ich mach ständig irgendwas falsch. Ja, und ob du auch richtig angebrüllt wirst, werden wir schauen. Und wer auch ständig Dinge falsch macht. Das ist ja, ja. Herzlich willkommen zurück, jeweils bei Abenteuer in Avelanien. Hallo. Wir lieben da draußen. Schön, dass ihr es euch liebt. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video anschaut, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wow, vollkommen korrekt. Oha! Okay. Ihr seht schon, das hier ist die richtige Seite. Und da drüben... Ich möchte nur kurz wiedergeben, dass du letzte Folge noch sagtest, warum sind wir so. Ja, das war letzte Woche. Oder vor zwei, was weiß ich. Nein, letzte Woche. Das war letzte Woche. Wir sind ja jetzt schon ganz neue Menschen nach den zwei Wochen. Das ist korrekt, korrekt. Eine Woche ist her. Beim nächsten Mal jedenfalls. Was? Er hat unsere Gruppe viele, viele Gespräche geführt mit Alman Katharina, der unmöglichen Markt. Und den guten neuen, den zweiten Kandidaten, dem Butler Yanda Bremis. Kurze Frage, hast du einmal Katharina gesagt? Was, einmal Katharina? Ja, einmal mit Katharina. Okay, okay. Ich habe Alman Katharina verstanden. Alman Katharina. Alman Katharina. Diese Folge war eine Minute lang okay und jetzt geht es schon wieder los. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Dabei ist der Alman eher Janda. Oh Mann. Ja, er hat mit Kalarina geredet, ein bisschen getestet und jetzt auch den Yanda halt auch ein bisschen ausgefragt, getestet. Und schon durch ist der gute Levi nochmal zur Abenteuerkinder hingegangen und hat geguckt, ob es vielleicht möglich wäre, irgendwie zwölf Weisenkinder bei sich aufzunehmen, bei ihrem neuen Zuhause dort. Das Haus auszubauen, der Weisenaus. Und hast Kinder. Genau, der Abenteuerkinder ist komplett herzlos. Und die Demokratie. Versteht nicht, genau, und hasst die Demokratie. Weil Abenteuerkinder versteht das nicht, dass halt, ja, die zwölf Kinder, die werden viel, viel besser aufgehoben als Zuhause, wo die Leute, die eigentlich zu diesem Haus gehören, niemals existieren. Niemals existieren? Niemals existieren? Oh mein Gott. Wenn wir nicht da sind, können wir auch nichts falsch machen bei ihm. Ohne irgendwelche Erfahrungen mit Kindern und so weiter. Ja, das versteht die Abenteuerkinder. Wir waren alle mal Kinder, das reicht doch. Das reicht vollkommen. Ich nicht. Jedenfalls haben sie noch ein bisschen diskutiert. Und Tessal ist im Schluss jetzt aufgebrochen, um ihr hübsches Kleid abzuholen. Während noch die beiden Humbedumbrüder ein bisschen noch drüber geredet haben, dass sie sich doch einmal die Gästeliste besorgen müssen von dem Ball, damit sie da vielleicht ein paar neue Kontakte knüpfen können. Vielleicht ein paar neue Verbünde, um ihre Heimat im Krieg gegen Aschka zu unterstützen. Nee, Avelanien gegen den Krieg von Aschka. Achso, um ganz Avelanien gegen Aschka zu stürzen. Okay, heute gesamten Kontinent. Wir unterstützen... Nein, wir unterstützen Avelanien. Unterstützen. Sag mal, Leute. Nee, mach mal weiter. Wenn euch das alles gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da und dann schauen wir mal, was alles passiert. Macht's nicht. Lasst keine Daumen da. Während zumindest die Gruppe noch in dem Haus noch zusammen mit dem Kai hinterher hat, ist Tessaya aufgebrochen zu einer guten Schneiderei. Wie hier wunderbar beschrieben ist, die Schneiderei. Könnte das bloß gewesen sein? Nom, nom. Hey, das weiß ich gar nicht. Ein Schneiderei? Ein Schneiderei. Schneiderei. Ja, irgendwann ändert es dir schlecht meinen ganzen Namen, den ich hier immer wieder aufschreibe. Komisch. Ja, jedenfalls, Tessaya, kommst du in der Schneiderei an. Vielleicht heißt es ja auch einfach Schneiderei. Und du kommst rein, du siehst halt reges Treiben bereits. Du siehst wieder vorne mehrere dieser Puppen, wo verschiedene Kleider an ihnen dran liegen, anprobiert werden. An einem wird noch irgendwie ein bisschen gefeilt, dass da noch was genäht wird, ausgebessert wird und ähnliches. Und du siehst dann wieder diese, ja, sehr pompöse Figur mit ihrer riesigen Hochsteckfrisur, blonde Haare, ein knallpinkes Kleid mit einem kleinen Juwelen irgendwie dran. Ah, einen wunderschönen guten Tag! Guten Tag. Sie war doch meist gestern hier, nicht wahr? Das ist korrekt, ja. Und er hatte einen Bonusgehalt hinterlegt, damit ich heute mein Kleid abholen kann. Wunderbar, wunderbar. Komm doch bitte gerne einmal nach hinten, da ist das gutes Stück bereits. Sehr wohl. Also ein bisschen weiter in die anderen Räume-Schneiderei hinbringen. Und dort siehst du dann halt an einer Stelle in der Werkstatt, dass dort bereits an der Puppe dein Kleid auf der Puppe drauf ist. Und einer scheint auch noch gerade in den letzten Verbesserungen irgendwie auch an diesen Dorf, sorry, an diesen Feder-Kranz- oder irgendwie sowas umhangen, wo du siehst, wenn dein Kleid auch dran haben, dass da doch irgendwas gerade noch so verbessert wird. Nun, hier ist das gute Stück. So, wie es natürlich gewünscht. Wir haben die besten Materialien verwendet, haben die ganze Nacht durchgearbeitet, aber es ist wunderschön, nicht wahr? Ja, und ich würde da so rumgehen und mal von allen Richtungen angucken. Ist es wunderschön? Es ist wirklich gut gearbeitet. Okay. Du kannst ja nochmal einen Wurf drauf machen, wenn du möchtest. Was muss ich denn da werfen? Das würde ich jetzt entweder Geschichte oder Wahrnehmung, Nachforschung, Geschichte. Wäre es nicht erst irgendwas Handwerkliches, ob das Handwerk gut ist? Nein, deswegen Nachforschung würde ich durchgehen lassen, Wahrnehmung. Na dann. Nimmt sich nichts. Das ist eine solide Eins. Trink Geld. Du, das Ding ist halt, ähm... Ich wechsle schon mal den Würfel, der betrügt mich aber dir ja nur. Dreimal gewürfelt, nie über zehn, ey. Nimm einfach die Online-Würfel. Niemals. Dann sehen wir aber wenigstens was. Die Frage ist, ist es jetzt, dass du denkst, das wäre das Schönste, was du hier gesehen hast, obwohl es eigentlich nur ein normales Kleid ist? Oder denkst du, es ist richtig scheiße, obwohl es verdammt gut ist? Ich würde einfach so sagen, du hast, du hast keine Ahnung davon, ob das jetzt gut gearbeitet ist oder nicht. Es ist, von außen betrachtet, das ist hübsch. Auf jeden Fall. Also, es ist jetzt gut gearbeitet, das hast du absolut keine Ahnung. Du kennst halt immer nur so, äh, von früher auf von der Family, sie haben dir einfach kleine geschenkt, du hast dir eingezogen und war gut. so irgendwie, ähm, ja, lass mich natürlich nicht anmerken. Natürlich. Äh, ja, ähm, sehr schön, sehr schön, ich bin, äh, sehr zufrieden mit der Arbeit, ähm. Na, sag ich doch. Wunderbar. Nun, ähm, es ist ja soweit schon alles bezahlt, deswegen, äh, sollen wir es gleich einpacken für Sie? Ähm, na klar, ich gehe, gibt es die Möglichkeit, das nochmal anzuprobieren. Wolltest du mal anprobieren direkt? Ja, ja, sehr gerne. Natürlich, bitte, hier haben wir auch eine kleine Garderobe, die sich kurz umziehen können. Ja, würde ich das warten, bis das letzte... Na genau, wir machen das letzte Feder so fest und dann nehmen wir das Kleid von der Puppe ab und würden es dir einfach so geben. Oder vielleicht sogar die Garderobe einfach direkt hängen, dass du da reingehen kannst, die umziehen kannst. Ja, würde ich da reingehen und das mal anprobieren und auch gucken, ob meine Spezialanfertigung funktioniert, dass so unter dem Federkleid noch so ein Reißverschluss für eine Kapuze sozusagen ist, die man übermachen könnte. Ja, du probierst das und ja, es funktioniert. Also du kannst wirklich so wie Kapuze benutzen, mit diesem Federrand, der denn alles darum gibt und was auch komplett über deine Hörner so rüber geht. Also du wolltest extra, dass deine Löcher sind, dass deine Hörner... Ja, ich hatte gesagt, mit Löchern, dass die Hörner... Ja, dann würde ja die Hörner durchpassen. Und es passt alles. Also sie haben gute Arbeit auf jeden Fall geleistet. Ja, dann würde ich, wenn ich da stehe, sehen, dass mein eigentliches Kleid ja immer noch dreckig und rußversehrt und blutig ist. Ja, und würde das dann so zusammenrollen und aus der Kabine rauskommen, ich bin sehr zufrieden. Ich würde das gleich anlassen, wenn es recht ist. Aber selbstverständlich. Und ihr altes Kleid? Äh, das behalte ich noch. Es ist ja, das hier ist ja nur für spezielle Anlässe. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass in meinem Dienst als Abenteurerin mein Kleid ein wenig in Mitleidenschaft geraten ist. Das muss ich dann mal reinigen. Wenn Sie wollen, können wir das auch hier tun. Wir können das auch ausbessern und reinigen lassen. Kostet mich das was? Ein geringer Gegenwert. Dann nicht, vielen Dank. Und dann würde ich Richtung Tür gehen. Okay. Nun gut, wie Sie wünschen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und Sie sehen fantastisch in dem Kleid aus. Vielen Dank. Viel Spaß auf dem Ball. Den werde ich haben, hoffentlich. Dann kannst du wieder aus der Steuerei rausgehen. Möchtest du noch irgendwo hin oder willst gleich wieder nach Hause? Hatte ich... Ich hatte mir auch eine ausgebesserte Lederrüstung machen lassen, ne? Ja. Dann würde ich die auch gleich noch abholen, wenn ich schon unterwegs bin. Okay. Dann bist du unterwegs. Bronze Forge. Jawohl. Er hat so entscheidend. Der Rest der Gruppe. Also, wie gesagt, ihr seid in dem Haus, die Kinder beobachten so ein bisschen zurückhaltender als bei Katharina, aber neugierig, was in der Küche so passiert. Weil ihr halt da über die Küche geht, seht ihr halt, wie wirklich diese unsichtbaren Diener Stück für Stück alles säubern. Und er halt wirklich wie so ein Dirigent in der Mitte steht und alles so kontrolliert und dirigiert. Und in einer kurzen Zeit ist die Küche wieder auf Hochglanz gereinigt, poliert. Und damit fertig ist, Klatscher wieder und ihr seht, wie der Kopfer wieder nebenher schwebt. Da würde ein bisschen rausgehen aus der Küche. Mit ihrer Erlaubnis, da würdest du in den Raum einfach so sagen, würde ich mir jetzt einmal die obere Etage ansehen. Wenn keiner reagiert und ich quatsche da gerade mit Levi, mache ich nur so eine Handbringung. Sehr wohl. Und dann würde er halt einfach in die obere Etage gehen. Würde er eine Zeit dort verbringen. Ich würde mitgehen. Und würde ihm alles erklären, wer wo schläft. Okay. Okay. Eigentlich müsste er hier jetzt machen müssen, während er vorbeiläuft. Oh, ist das eine fliegende Tasche? Oh. Sind das unsichtbare Diener-Säulen, haben wir auch. Genau, also ihr kommt in die obere Etage und er würde dann halt mit der Säulen gehen. Also erklärst du ja hier ein Zimmer, wer dort ist. Genau. Also hier schläft Levi. Und eigentlich heißt er gar nicht nur Levi. Er heißt nämlich Levian Lucio Lodricumbe-Dumbe. Ich habe das endlich gelernt. Es hat auch nur ein paar Wochen gedauert. Und da drüben schläft Levent L'Areal Linaeus-Dumbe-Dumbe. Und da schläft Hank. Und da drüben schläft Tessaya. Und Tessaya ist meine beste Freundin. Ich verstehe. Und welches Zimmer ist dann das, was bereitsteht? Das hier. Und ich führe ihn da drüben. Dieses Zimmer ist sehr großzügig. Ist das wirklich das richtige Zimmer? Ich glaube schon. Und ich gehe nochmal die Römer ab. Hier schläft Levi. Da schläft Levent. Da schläft Hank. Da schläft Tessaya. Da schlafe ich. Ja, ich glaube das Zimmer. Das ist mehr als nur auf der Table. Das ist wirklich sehr großzügig. Also wir können, wenn Ihnen das zu groß ist, dann können wir da vielleicht auch noch eine Mauer einziehen oder so. Das ist nicht nötig. Danke. Okay. Ich hatte mich nur gewundert, weil Ihr Zimmer sehr viel kleiner ist als dieses Zimmer. Ach, das passt schon. Ist natürlich auch gut, der ist direkt in meinem Zimmer, dass er jederzeit schnell erstmal für mich zur Verfügung steht. Nee, nee. Stimmt. Außerhalb der Arbeitszeiten steht ja niemand zur Verfügung. Das ist auch korrekt. Das war eigentlich gerade, ich dachte, wir könnten probieren, eine Mauer einzuziehen, um seinen Raum kleiner zu machen, dass du den anderen Teil des Raums bekommst, dass wir dann einen Durchschlag machen. Das ist gut. Also natürlich bekommt er den hinteren Teil, da ziehen wir dann eine Mauer in der Mitte. Und er muss von außen reinklettern. Nun gut. Soll ich dann vielleicht, zumindest wenn Sie hier mit mir oben sind, Ihr Zimmer vielleicht entstauben? Ordentlich machen. Oh, das wäre super. Sehr wohl. Und wenn du halt mit in dein Zimmer so reingehen, sich kurz ein bisschen umschauen und wieder klatschen und du siehst wieder, wie halt dein Bett auf einmal von unsichtbaren Händen geleitet, gemacht wird, wie aus dem Koffer so ein Staubweh rausfliegt, wie er angefangen wird, Staub zu wischen, wie er selber dann auch aus so dem Stuhl zur Seite rückt, wie er dann aus seinem Koffer auch einen Lappen rausholt, anfängt, die Oberflächen sauber zu machen, zu polieren und einfach seiner Tätigkeit nachgeht. Also er macht auch tatsächlich was? Er macht auch sowas, ja. Achso, achso. Ist es denn eigentlich anstrengend, immer so viel arbeiten zu müssen? Nein. Das ist mein normales Taggewicht. Das tue ich bereits seit vielen Jahren. Jahrzehnten, könnte man schon sagen. Seit Jahrzehnten? Aber was ist denn mit den anderen Gruppen passiert? Nun, leider ist das Abenteurerleben ein sehr gefährlicher Beruf, wie Sie ja vielleicht selber bereits wissen. Bereits die Abenteuergruppen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, haben sich gut gehalten, doch jeder von ihnen ist nach einer gewissen Zeit leider auf einer ihrer Missionen, auf einer ihrer Aufträge, verstorben. Eine Gruppe hat sich möglicherweise zur Ruhe gesetzt, nachdem sie es bei einer Mission nur knapp überlebt haben. Sie gehen jetzt anderen Tätigkeiten nach. Einer von ihnen ist nun Händler, ein anderer hat eine Bäckerei aufgemacht und ähnlich. Ja, wir hatten da auch so eine Situation, die durchaus hätte gefährlich sein können, weil wir haben da in dem einen verlassenen Dorf eine Suppe gefunden, die nicht mehr gut war. Aber wir haben das noch gemerkt, bevor wir sie gegessen haben. Das ist sehr gut. Eine Essensvergiftung kann einen sehr schwächen. Ja. Oder vielleicht schütteln. Ja, das wäre nicht gut. Nein. Aber ich würde dann auch mal gucken, ob die anderen unten, ob es denen gut geht und so, weil ich habe jetzt einige Zeit nicht mitbekommen, was so wirklich der Plan ist. Und ich gucke mal, ob die unten auch Fragen haben. Und vielleicht wollen die auch jetzt mal sauber gemacht haben. Ich kläre das mal. Wer hat eine Eins geworfen. Sorry. Wow. Du hast überhaupt online eine Eins geworfen. Ich wollte nur mal testen, wo ich das überhaupt mache. Ich habe so lange nicht online gerüffelt. Und das sagt alles aus, was ich wissen muss. Dass du unsere Nummer Eins bist. Genau. Hey. Oh, Mann. Ah. Ein bisschen mehr Freude, unsere Nummer Eins zu sein. Das ist Besonderes. Hallo. Echt? Sei mal ein bisschen froh darüber, dass du unser kritischer Fail bist. Du bist der kritische Fail in meinem Leben. Guter T-Shirt-Spruch. Und aus kritischen Fails entstehen die besten Geschichten. Das ist korrekt. Aber sehr wohl, voller Num-Num. Und ich würde dann... Äh, viel Erfolg noch beim Sopper machen. Oder so. Dankeschön. Und ich gehe dann runter. Ja, was macht der Rest der Gruppe noch? Ich würde ein bisschen draußen gerade mit Wolfi spielen gehen. Ja, wir sind noch draußen. Ihr habt da wirklich... Also, euer Rat ist jetzt nicht riesig. Aber... Ja, und was soll das eigentlich, Frechheit? Ja, als ob ihr halt noch nicht so hyperreich seid. Komisch, nicht wahr? Ist der Anfang eurer Abenteuerreise eigentlich seid. Ach, Quatsch. Und kannst du mit ihm... Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kostet ein Haus mit zwölf Zimmern so zwei, dreie Tausend. Zum Ausbau von eurem Haus. Äh... Das Ausbau, sodass halt nochmal zwei Taschen draufkommt. Ja, okay. Also, ein Haus auszubauen mit zwölf Zimmern kostet zwei bis dreie Tausend. Hat er grob geschätzt, ja. Ja, der wird ja wohl wissen, wovon er redet. Wenn ich mich jetzt erkundige und die sagen mir fünf, dann ist der ja zu gar nichts zu gebrauchen. Dann hasst er nicht nur die Demokratie und möchte das Kinderqualen erleiden, sondern kennt sich noch nicht mal aus und kann nicht rechnen. Vielleicht ist er ja ein Freund von Back, wer weiß. Naja, er ist eigentlich ein Käfer. Du kannst mit Wolfen auf jeden Fall draußen spielen, Hank. Und ja, Wolfen rennt immer wieder eine Runde nach den anderen. Vielleicht mit dir gemeinsam auch oder spielst du Stückchen mit ihm. Mal schon mal so. Schaut auch so ein bisschen so aus Wasser hinaus. Es ist halt wirklich so, ihr seid ja direkt in diesem Wasser, wo halt auch immer wieder so kleinere Boote halt in Richtung des Berges fahren oder aus dem Berg heraus wieder irgendwo in das große Gebirge, was halt komplett Drachen das umgibt, hinausfahren. Eure Seite ist halt die Strömung, die halt zum Berg hinführt. Die Mitte ist dieses, ja eigentlich Kanals, muss ich sagen, ist halt von so einer kleinen Steinmauer durchzogen. Die andere Seite, da scheint die Strömung wieder nach draußen zu gehen, aus der Stadt heraus. Und du kannst auch so ein bisschen die Boote beobachten, siehst halt verschiedene Waren, große Kisten, die halt auf den verschiedenen Booten sich befinden. Wie da die Männer und Frauen arbeiten auf den Booten, die die Säge einziehen und anfangen halt eher zu paddeln oder die Strömung einfach nur ausnutzen, einfach nur steuern. Wie stark ist diese Strömung? Doch, also direkt hier am Ufer ist sie nicht so stark, aber du siehst schon, dass halt je weiter man eher zu der Mitte geht, dass die Strömung da stärker wird. Okay. Da am Rand geht es noch. Aber so Fische und so sehe ich drinnen, ja, im Wasser. Ja, genau, dass du da auf der Karte siehst, siehst du auch, dass so ein Möwe da so gerade hockt, sich so ein bisschen umschaut und nach unten schaut, dass sie den Fischen, die sich da hin und her bewegen. Wasserqualität ist sehr, sehr gut. Also du kannst auch wirklich von, äh, vom Steg aus direkt bis auf den Kult sehen. Hm, sehr schön. Okay. Okay. Da noch die Hummel-Dummel-Brüder? Mhm, 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 mhm. Ähm, Levi? Ja? Also ich würde genau quatschen mit dir, wenn du jetzt nicht irgendwas noch hast. Nö, nö. Okay. Ähm, Levi wollten ja eigentlich, hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie, wie hieß denn der Schuppen? Egal. Da, wo wir, ähm, wo wir, ähm, Nomnoms Live Speisen da gegessen haben in dem, in dem orkischen, ähm, Restaurant, hatten wir ja eigentlich besprochen, dass wir alle zusammen, ähm, runtergehen in den, in den Untergrund. Ähm, meinst du, das ist noch aktuell? Weil wir müssen ja trotzdem noch, wollen ja, wir müssen ja trotzdem noch runterwägen, Informationen sammeln und sowas für, unser, für den Krieg und so. Guckst du mich leicht verwirrt an, oder weißt du? Nochmal kurz, äh, nochmal zur Erinnerung, es war auch so, dass ihr halt, äh, immer noch diese Adresse habt, äh, von den, von den Kultisten, dieses Stück Papier, was ihr da hattet. Ja gut, das hatten wir aber noch nicht besprochen damals. Wann ich nicht? Okay. Bin ich der Meinung. Weil wir, wir, wir hatten, wir hatten das besprochen, bevor Tessaya runtergegangen ist. Und dann ist Tessaya heruntergegangen und dann ist das alles passiert. Und wir wollten ja auch... Ja, du hast ja erst heute die, äh, 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 wo du alleine dort warst, man lässt mal genau. Da hast du ja von, äh, ihn erfahren, der, wo der Schuppen liegt, wo, wo, äh, die Taverne ist. Und dass irgendwie schon mal ein Adliger sich den angeschlossen hat, entführt wurde, oder wie auch immer. Und dann am Ende... Na genau, es war, vor, vor drei Jahren war es so, dass halt, äh, es schon mal einen Auftrag gab, zu wenigen diesen Kultisten, ähm, und zwar, äh, diese, diese Kultisten eilsehenden Auges. Und es darum ging, dass halt ein junger Adliger, äh, wurde halt als vermisste Familie, dass er entführt worden ist. Die Anteilgruppe hat sich dann darum gekümmert und war festgestellt, dass der halt nicht entführt worden ist. Sondern freiwillig. Er hat ja freiwillig den angeschlossen gehabt, wurde dann aber halt erst mal nach Hause gebracht, ähm, auf den Wunsch der, der Familie. Ähm, wo es aber halt noch alles recht glimpflich ausging, ohne groß jetzt, dass da irgendein Kampf war, Tod, sonst irgendwas. Und dass deswegen halt die Kultisten, diese, diese Gruppe, ähm, halt noch nicht wirklich negativ aufgefallen ist. Also, genau. Und wir wollten... Die existieren zwar, aber... Und er hat ansonsten den Tipp gegeben, also er hat die Adresse genannt, dass da ein Untergrund ist. Ähm, und er hat noch den Tipp gegeben, ihr könnt ja ansonsten bei der Wache nachschauen und nachfragen, ob die noch irgendwelche mehr Informationen zu dieser Gruppe haben. Und morgen wollte, glaube ich, der Splitter untersucht werden oder fertig sein mit der Untersuchung? Irgendwie sowas waren. Fertig mit der Untersuchung. Genau. Am nächsten Tag sollte er Splitter untersucht, äh, fertig untersucht sein. Ja. Ja, Levi, meinst du, die kommen noch mit noch? Oder machen wir das? Weiß ich nicht. Alleine. Es gibt ja, wir haben ja jetzt ein paar mehr Sachen, aber ich, ich, wir können, wir müssen für Avelanien einfach... Du weißt, was passiert, wenn, wenn, wenn unsere Front fällt, dann bekommen die nicht die, nur die, haben, sie haben ja jetzt schon die Waffenhoheit fast schon, ähm, dann bekommen sie das Ganze, den Korn ganz Avelaniens bekommen sie dann so ungefähr, die Weiden, und dann haben sie ja alles, was sie brauchen. Und ich glaube, wir müssen da auch dringend einfach, äh, intervenieren und den Leuten bewusst machen, was für Gefahr sie überhaupt schweben. Oder wie siehst du das? Ja, nee, das, das stimmt schon, das wollten wir ja und anderen dann heute auf, äh, nee, wann ist der Ball? Nee, der Ball ist, wann? Der, der, der Ball ist in, äh, jetzt vier Tagen, muss es sein. Genau, okay. Ja, das wollten wir ja auf jeden Fall mit den, mit den Adeligen machen, in vier Tagen. Wir müssen noch gucken, was, ich hab vergessen, wie, die heißt, die uns aufgezogen hat, aber das werden sich die anderen Leute zugucken bestimmt erinnern. Deswegen brauche ich das nicht sagen. Ja, unsere Zielmutter, meinst du? Genau. Ja, naja, klar. Der wollten wir noch einen, einen verschlüsselten Brief schicken. Haben wir doch schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Den hast du schon geschrieben, oder? Aber hast du mir den schon abgeschickt? Ich weiß es nicht mehr. Der hat noch nicht abgeschickt, aber du hast ihn schon geschrieben, ja. Ja. Achso, okay. Ja, dann können wir ja jetzt nochmal losgehen. Erstmal gucken, dass wir den Brief noch abgeben, dass wir den noch abschicken. Hm, wir wollten noch Informationen sammeln. Und wir wollten uns die Liste von bei holen. Genau, und, und Spionage mäßig. Deswegen wollten wir ja unten in den Untergrund. Genau. Und ich müsste noch meinen, äh, äh, Rüstung, ähm, holen. Hab ich meine Rüstung schon geholt? Nein. Beziehungsweise den Auftrag geben. Und, ähm, vielleicht auch nochmal umschauen wegen Kleidung für den Ball. Ähm, das müssten wir auch noch machen. Die Frage ist, machen wir das mit der Truppe zusammen? Weil, ich hatte ja vorhin schon gefragt, ob ich sie allein lassen könnte. Und sie wirkten etwas, ähm, überfordert mit der Aufgabe, äh, zu bewerten, ob jemand gut im Haushalt arbeitet oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns da sofort losmachen können. Und außerdem müssten eigentlich auch jederzeit die, ähm, Leute kommen, die, die Kinder und so. Ja, ich, ich, also ich würde noch warten, bis, bis der, bis, 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 bis der hier fertig ist. Mhm. Und dann warten wir, bis der Dienst kommt, wegen unseren Gästen. Mhm. Und dann können wir nochmal losgehen und je nachdem, wo das ist, uns die Gästeliste holen und den Brief abgeben. Und ich kann meine Rüstung holen, du kannst einen Auftrag geben und dann gehen wir nochmal da runter. Und für Nomnom können wir vielleicht mitnehmen, wenn Tessaya noch nicht wieder da ist. Hm, ja, naja, gut, dann machen wir das so, dann warten wir noch ein bisschen. Und, äh, wir müssen ja eh, können wir ja vielleicht auch gleich bequatschen, ähm, wer mit will, wer nicht mit will, wen wir einstellen und so, dass wir das alles gleich in einem Aufrutsch haben. Ja, und so machen wir das. Hast du noch irgendeine Idee, was wir dem, was wir den, ähm, Herren für eine Aufgabe geben können? Zum Testen? Also, wenn ich mir so den Lebenslauf angucke, ich glaube nicht, dass wir ihn mit irgendwas testen könnten, womit der nicht fertig wird und die Sachen, mit denen wir ihn testen könnten, womit der nicht fertig wird, gehören nicht zu dem typischen Repertoire eines Menschen, der diese Art von Arbeit ausführt. Das sehe ich auch so. Ich bewundere, wie immer deinen Menschen kennenzulernen. Also, ich muss sagen, ich mag den neuen, den anderen Typen nicht. Da fand ich Katharina besser. So, als der Kinder. Ja. Die wissen aber auch noch nicht, dass die abgeholt werden, ne? Nö. Okay. Die gehen auch davon aus, das brauche ich. Und du weißt halt... Das ist die herzlose Gilde. Und, und, äh, Levi, du weißt halt ungefähr, dass halt wahrscheinlich jetzt in der nächsten Stunde irgendwie sollte wahrscheinlich jetzt, äh, auf die vom Weisenaus kommen und die Kinder abholen. Das heißt, dann sollten, dann sind wir nicht mehr hier. Darum darf sich Tissaia kümmern. Wir haben extra angesagt, dass jemand, ähm, zwischenmenschlich, psychologisch geschulte, hochstellige Person kommen muss, weil, das hatten wir extra zugesagt, ne? Weil die Kinder natürlich negativ gegenüber Weisenhäuser sind und sehr... Bin gespannt, was da kommt. Was sich als Spielleiter da ausgedacht hat. Und ob er Fingerspitzengefühl und Mitgefühl für Kinder hat. Ob er Fingerspitzen... Komm mit! Komm mit! Ab in den Sack! Mit diesen Hundefängerbändern. Oh ja, der ist stark, der macht sich gut in der Mine. Ja, man braucht immer ein neues Personal für die Mine. Heilige Scheiße. Ja, okay. Es gibt viele Mine in Drachenmester und Umgebung. Ja, ja, eben. Und in dieses Schicksal will die Gilde und damit du die Kinder also verdampen. Ja, korrekt. Das ist ja seine Welt. Ja. Einfach ein schlechter Mensch. Ja. Grund ist auch böse. Wir kennen ja seinen Arbeitgeber, dem müssen wir das eigentlich mal mitteilen. Ne, aber wir kennen seinen Arbeitgeber, dass er entschuldigt. Ja. Ja, okay, das stimmt. Gut. Dann... Sorry. War nicht so gemein. Alles gut. Nein, egal. Alles Fantasie hier. Noddan kommt jedenfalls dann wieder auch runter. Du kommst wieder zu den anderen. Und sonst würde es halt einfach ein bisschen Zeit vergehen. Desire, du würdest jetzt auch wieder bei Bronzeforge wieder bei diesen Laden ankommen, die Bronze-Schmiede. Du siehst, weil du wieder die Zwergen wachst, wo du einfach in den Laden reingehen kannst. Du bist ein junger Zwerg, kommt auf dich zu. Schönen guten Tag. Wie kann man helfen? Ich hatte hier gestern eine... Was war es? Verstärkte Lederrüstung in Auftrag gegeben. Und man sagte mir, ich könne die heute abholen. Natürlich, natürlich. Wahnsinn im Moment. Wie ist dein Name noch einmal? Tisaya Decaria. Ja, ich hatte auch so ein Büchlein so davor. Ja, 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 ja. Haben wir fertig, haben wir fertig. Bitte folgst du mir. Ich freue mich. In diesem größeren Showroom, wo ihr auch schon am gestrigen Tag wart, wo halt verschiedene Waffen herumhängen, Rüstungen präsentiert werden und ähnliches würde ich halt hinführen. Warten Sie ganz kurz bitte hier. Geht ihr durch eine Tür in einen anderen Raum. Kommt nach kurzer Zeit zusammen mit einem anderen Zwerg wieder. Und bald haben so eine Puppe, wo halt seine Rüstung drauf präsentiert wird. So, hier ist das gute Stück. Perfekt an ihre Maße angepasst. Schau, sie sind zufrieden damit. Kann ich einschätzen, ob das gut gearbeitet ist. Würfel. Okay. Wir nehmen jetzt noch mal den Online-Würfel. Do your thing. Zack. Wenn jetzt noch mal eins kommt. Na, guck doch mal. Na, guck mal. 17. 19 insgesamt. 19. Ja, du schaust es dir an und es ist wirklich gut gearbeitet. Also vergleichst du auch mit der Rüstung, die du selber an hast. Und im Vergleich dazu ist die halt wirklich vor, die ist niegelnagelneu, gut gefertigt. Das Material fässt du auch so ein bisschen an. Es ist wirklich dickes Leder, was dich auf jeden Fall gut schützen wird. Eigentlich stehen noch mal so ein paar Metallplättchen verstärkt. Und auch wirklich von den Maßen, wenn du es schon mal so von außen siehst, schau dir auf jeden Fall an, deine Figur angepasst zu sein. Also du könntest du auch gerne hier einmal, hier in der Unkleidung, einmal gleich sich umziehen, die Rüstung einmal anprobieren, wenn sie möchten. Ja, dann mache ich das doch mal. Ja, nehmen sie von der Puppe ab, geben sie es dir wieder. Und dann kannst du dir das eintragen. Das ist dein Rüstungswert, du meinst, so wie du das. Jawohl. Dann habe ich jetzt 14. Ich bin nahezu untreffbar. Korrekt. Ja, dann würde ich wieder rauskommen. Wollen sie ihre alte Rüstung behalten? Oder sollen wir die entsorgen? Oder wollen sie die verkaufen? Könnte ich die dann direkt hier bei ihnen verkaufen? Oder wo müsste ich mich da dann hinwenden? Sie können sie auch direkt ihnen abkaufen. Durchaus. Ja, dann würde ich das machen. Ich habe ja jetzt eine neue. Sehr wohl, sehr wohl. Diese Überbrückung wurde präsentiert von die Demokraten. Da haben wir es noch. So, du hast vorher, hattest du einfach nur eine normale Lederrüstung, ne? Ja. Okay. Also können sie, ist ja schon ein wenig gebraucht, wir würden aber dafür ihnen noch gut vier Gold geben. Und, ähm, dass sie das anpreisen können als ein Stück, das eine bald legendäre Abenteuerin getragen hat, kann den Preis nicht erhöhen. Nun, welchen Rang haben sie noch mal in der Abenteuergilde? Ja, noch. Noch. Was war es? Kupfer? Bronze? Bronze. Bronze. Noch Bronze, aber das wird sich ja natürlich bald ändern. Die Demokraten werden bald in aller Munde sein. Die Demokraten, naja, ihre Gruppe von gestern, meinen sie? Genau. Ähm, es tut mir leid, aber solange sie nicht schon irgendwas groß erreicht haben, können wir dann leider nur nichts weitermachen. Du kannst es natürlich auch gerne versuchen, ihn zu erzeugen, wenn du möchtest. Ja, wir haben ja, na so fühle ich mal drauf, wir haben ja nur eine Gottheit gerettet. Und das ist ja quasi nichts. Nun, davon ist mir noch nichts bekannt. Also wir müssen echt an der Propaganda, äh, an der Newsverbreitung, äh, der Abenteuergilde arbeiten. Äh, 14. Eine 14? Ja. Äh, na, passen Sie auf, ähm, wie wäre es, wenn wir noch, äh, etwas höher gehen? Gehen wir auf, äh, 4 Gold und 5 Silber. Na gut, ist akzeptiert. Dann würdet ihr 4 Gold und 5 Silber geben. Ich bin quasi wieder reich. Und dafür nimmt er denn eine alte Rüstung ab wieder. Wo hab ich sie denn da? Weg. Nun dann. Ansonsten doch irgendwie weiterhelfen. Äh, nein, ich mach mich dann mal auf den Rückweg zu den Demokraten, die bald in aller Munde sein werden. Wir freuen uns schon darauf und wünschen Ihnen viel Erfolg und Glück. Vielen Dank. Glück brauchen wir nicht, Erfolg werden wir haben. Natürlich. Einen schönen Tag. Dann würde ich zurück Richtung, äh, der Wiege der Demokratie gehen. Zurück zur Wiege der Demokratie, okay. Ich sag mal, es ist jetzt so 14 Uhr, wenn ich noch irgendwas anders machen wollte. Ähm, der, äh, gute Elf wäre ansonsten auch dann runtergekommen. Ich habe das Zimmer von voller Nomnom oben soweit gereinigt und die Flure. Ich bin natürlich nicht in ihre einzelnen Privatgemächer eingedrungen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen, Aufgaben oder ähnliches? Ich hab Ihnen vorhin schon einen Witz erzählen lassen, weil ich wissen wollte, ob er das kann. Sehr gut, Nomnom. Und, wie war er? Der Witz war wunderbar. Ich hab's dir gelacht. Schön. Ähm, ich guck auf die Uhr. Er ist ja jetzt auch schon, die Stunde ist ja schon locker um. Ähm, von meiner Seite nicht. Sie haben ja auch die Stunde, ähm, fertig. Und, äh, wie ich sie einschätze, ähm, loben sie sich auch, äh, Pünktlichkeit. So, ne? Korrekt. Ja, also, ähm, von meiner Seite gibt es erstmal nicht. Ähm, haben Sie denn irgendwas, könnten Sie sich denn vorstellen, bei uns zu arbeiten? Das ist erstmal, das ist erstmal die Frage. Sie haben jetzt hier das gesehen, die Räumlichkeiten. Würden Sie hier übernachten wollen? Oder ihr eigenes, äh, Wohnungshaus, ähm, bevorzugen? Ähm, das Zimmer ist sehr großzügig, was Sie hier anbieten. Ich würde dann auch hier übernachten und wohnen, wenn dies genehm ist. Und ansonsten kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen, hier bei Ihnen zu arbeiten. Solange, da schaut ganz kurz so ein bisschen zu den Kindern, wenn wir zu euch. Solange, aber natürlich, ja, aber natürlich, ich verstehe. Nicht ein dauerhafter Zustand. Dann müssen wir noch über die Miete sprechen. Wir verlangen zwei Gold. Dann bitte vorzuge ich doch meine eigene Wohnung. Ähm. Wir werden uns, ähm, zusammensetzen und uns beraten und würden Sie dann, ähm, im Laufe der nächsten Tage, wahrscheinlich eher früher, ähm, bei Ihnen melden. Kommt natürlich ganz auf an, wie wir, ähm, uns einig sind, beziehungsweise uneinig sind. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, bin ich persönlich sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Aber ich habe auch nichts anderes, ähm, erwartet bei Ihrer Vita. Sehr wohl. Dann wünsche ich Ihnen noch einen, einen angenehmen Tag. Was wünsche ich Ihnen noch? Und ich warte auf Ihre Rückmeldung. So machen wir das. Da würde ich jetzt nur mal so verbeugen für euch allen. Geht in die Tür, öffnet diese. Und genau der Moment siehst du wie Desire wieder. Oder könnt ihr sehen, wie Desire gerade wieder reinkommen will. Ich verabschiede mich dann. Meine Stunde Arbeit ist vorüber. Äh, ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Probearbeitsaufenthalt. Sehr wohl. Einen wunderschönen Tag eben noch. Ihnen ebenso. Und dann würde er gehen. Und ihr seid dann vereint unten im Haus mit den Kindern. Die jetzt, wo der elf weg ist, so ein bisschen sich wieder verteilen und ein bisschen spielen würden. Auch im Garten spielen würden. Mit Wolfi spielen würden. Ja. Ja, ja. Saya, du hast ja das Kleid an, ne? Mhm. Könntest du mal Scham oder Aufdrehen würfeln? Oh. Ja, also, ich möchte wissen, wie es auf mich wirkt. Komm, jetzt. Net 20. Oh, war das knapp. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da fehlt leider eine Null. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, dass das wichtig ist, würde ich ja Inspiration würfeln. Inspiration. Ja, aber ich weiß ja, ich weiß ja nicht mal, dass es... Hä? Könnte man argumentieren, dass er... Könnte wichtig sein. Warte, nee, könnte man argumentieren, dass, weil Levent sie ja eigentlich sowieso schon ansprechend findet, dass sie nicht so viel machen muss und er deshalb darauf einen Vorteil würfeln darf. Naja, gut, aber in letzter Zeit, was weiß ich, ist schon die Beine jetzt nicht gerade brauschend. Naja, aber trotzdem... Er ändert ja aber daran nichts, wie attraktiv er sie findet. Das ist richtig. Dass sie nicht jemanden hassen und trotzdem attraktiv finden. Das gibt sogar ganze Beziehungen, die da davon leben. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, ja. Aber nein, kein Vorteilswürfel. Aber theoretisch... Ich finde sicher ja, sieht man schön aus. Also theoretisch, du weißt ja, warum du würfelst jetzt gerade. Ich hab's ja gesagt, der Inspirationswürfel macht ja nicht deinen Charakter, sondern du als Spieler. Das stimmt. Also der Spieler sagt ja nicht, okay, das mag ich nochmal. Nee, aber ich bin jetzt auch gerade so in Charakter. Also ich komme auch gerade nach wie vor, ich laufe jetzt nicht wirklich anmutig wie sonst, sondern komme auch eher so ein bisschen reingestapft mit hängenden Schultern und bin halt immer noch sehr im... Es ist mir gerade nicht so wichtig. Ja, ist ja auch okay. Was bleibt bei der 2? Also kommt noch was dazu? Das ist einfach 2. So, ähm... Auftreten... Äh, eine 5 ist das dann. Ja, okay, ich bemerke das. Aber ich lasse mich dann... Bankiert mich überhaupt nicht, wie hübsch sie ist. Das interessiert mich nicht. Okay. Ja. Du siehst aber, dass die Kinder kommen und hören zu Desire so, oh Desire, du siehst aber toll aus. Ich auch. Kleid Desire. Ich seh auch toll aus. Ja, nochmal, du siehst auch toll aus. Nochmal, du stehst dich daneben. Ich auch. Nein, ich komme dazu und stelle mich da hin. Und sagst, ich auch. Ich auch. Oh, ähm... Dankeschön. Und in dem Moment, wo sie kommen, stelle ich mich das erste Mal wieder so ein bisschen auf, weil mir jetzt gerade bewusst wird... Ach ja, stimmt. Kann ja sein, dass das ganz gut aussieht. Ähm... Ja, wir müssen ja bald auf einen Ballabenteurer Sachen und... Da muss man sich ein bisschen herausputzen. Ah. Aber du hast dich wirklich schön herausgeputzt. Das sieht toll aus. Ähm... Dankeschön. Ich... Ähm... Hoffe, ihr hattet hier Spaß mit... Jandar. Ich will irgendwie mal Jandark sagen. Jandark. Jandar. Er wirkte etwas kühl, aber ich war ja nicht lange hier. Würde ich die Kinder fragen. Wie sie ihn so fand. Ach, du sind Kinder in Sachs. Okay. Das ist so eine Gruppe Sachs. Bitte, Alter. Na, also der hat uns nicht so gefallen. Ja, der war irgendwie doof. Also ich fand das mit diesen unsichtbaren Dienern irgendwie cool, dass da alles so rumgeschwebt ist und so. Ja, gut, das war cool. Ja, das stimmt, das war cool. Aber er an sich war doof. Ja, er war so kalt und der hat gar nichts zu uns geschaut. Der wollte auch gar nicht wirklich spielen oder so. Ja, der war irgendwie komisch. Aber er hat einen Witz erzählt. Sie schaut so bis zu dir. Ja, der war jetzt nicht so gut. Ich fand den witzig. Also wir fanden die Katharina viel besser. Ja, Katharina war viel besser. Ja, ja, ja. Ähm... Wenn ihr gerade beim Thema seid, wollen wir uns einmal kurz beratschlagen, wen von den beiden wir besser finden? Vielleicht kommen wir auf ein schnelles Ergebnis und können das schnell mitteilen? Oder... Wir können uns von mir aus gerne beraten. Kommt ihr am Tisch oder wollen wir uns irgendwie an den Sessel setzen? Oder wo hättet ihr es denn gerne? Auf dem Tisch oder am Sessel? Woher hättet ihr es gerne? Oh, ich muss... Ich hatte es erst gar nicht gesagt haben. Da dachte ich so, nein! Warum? Diese Vorlage wird irgendjemand nutzen. Ich habe gerade so ein paar Sekunden gewartet und dachte, macht Max ihn jetzt oder muss ich ihn wirklich bringen? Max, zwingst du mich echt dazu, so einen schlechten Witz zu machen? Jetzt sag was! Ich gehe dann mal Hank von draußen reinholen. Achso, ich habe es gesagt, alle sind schon beide anzugehen. Na, Hank spielt ja noch im Garten, glaube ich, mit Wolfgang, oder? Genau. Okay, okay, okay. Äh, die Sessel? Na dann, die Sessel. Hank, wir brauchen mal deine Hilfe. Okay. Und Wolf auch. Kommen wir an gedackelt. Grüß Fenster. Ja. Aber du bist geschlossen. Ist doch mal hinter dir. Klar. Niemals. Der Wolf kommt an gedackelt. Achso, das. Nun denn, wir haben uns ja alle schon unsere Gedanken gemacht, vermute ich mal. Ich weiß schon ungefähr, wie Levi sich das vorstellt. Wie seht ihr denn das Ganze? Erzählt bitte mal frei raus. Ich bin gleich wieder da. Gott hält sich da raus. Ja, Gott hält sich da raus. Sehr gut. Kinder, bitte haltet euch da mal raus. Die Erwachsenen müssen jetzt mal reden. Seid einfach am besten. Also ich bin zu hart. Oh, guck mal, da steht ja eine Kiste mit 5000 Platin. Wo kommt die denn her? Okay. Also ich muss ja zugeben, dass ich jetzt den zweiten Kandidaten nicht so viel erlebt habe. Aber mein Eindruck war, dass er sehr unterkühlt ist und vielleicht auch für, ich weiß, es geziemt sich eigentlich nicht, das im Reich der Demokraten zu sagen, aber vielleicht für die Größe unseres Heims auch ein wenig überqualifiziert, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich der preisliche Aufschlag mir nicht zusagt, was euch mittlerweile wenig überraschen dürfte. Von daher wäre ich auch für Magda Wiener. Also ich fand Kati auch voll cool, aber andererseits konnte er Witze erzählen und er kann über tausend Gerichte kochen, hat er gesagt. Und das heißt? Das heißt, dass man jeden Tag im Jahr drei verschiedene Gerichte essen könnte und dann immer... So viel Mathe hat Nomnom noch nie in ihrem Leben vorher. Ja, und? Nomnom? Vielleicht können wir ja beide haben. Weil sonst wäre ja einer traurig, wenn wir ihn nicht anstellen. Okay, verstehe ich. Ja, dann ist es ja ganz eindeutig, dass es dann Katharina wird. Wir sind ja hier mehrheitlich auf dem Trichter, weil... Demokratisch? Demokratisch und ich werde jetzt natürlich nicht sagen, für wen ich war und für Levi, das ist ja auch alles anonym hier abgelaufen. Naja, also genau genommen, hat Hank gesagt Katharina, ich habe gesagt Katharina, Domdom hat gesagt beide. Ja. Wenn jetzt beide für... Nein, nein, sind wir nicht. Levi, ähm... Warst du nicht da? Ich war nicht da. Ich war doch einkaufen. Oh, nein. Levi ist auch für Katharina. Entschuldige, dass ich das so vorwegnehme, Levi, aber... Weil ich es richtig im Kopf hatte. Na, für mir wären beide grundsätzlich recht, aber... Ja. Aber beide? Trotzdem ist es ja insgesamt dann mehr Katharina. Richtig. Und, ähm... Ja, ich sehe ja gar kein Problem drin. Will einer von euch hier die freudige Nachricht und ihm die unfreudige Nachricht mitteilen, oder... Also ihr wüsstet, dass ihr halt einfach bei der Agentur, wo ihr halt angefragt habt, dass ihr Bescheid habt. Ja, ja. Beziehungsweise der Agentur... Wie wäre es denn, wir wollten doch sowieso nochmal los, wir können doch dann, wenn wir beide sowieso nochmal losgehen, nochmal vorbeigehen und Bescheid sagen. Das ist richtig. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, wenn wir hier hier gerade so zusammensitzen. Wir wollten ja eigentlich auch nochmal den Untergrund, ähm, hatten wir ja, als wir in dem Restaurant, wo Tessaya leider nicht mehr anwesend war, weil sie ihr eigenes Ding machen musste. Ähm, äh, wollten wir eh in den Untergrund gehen. Das hat sich ja alles jetzt so ein bisschen verwurstelt. Ähm, dieser Plan steht bei uns natürlich trotzdem noch... Wir haben natürlich jetzt noch mehr Grund nochmal in den Untergrund zu gehen, weil wir natürlich die Adresse von der Kneipe haben. Ähm, mit dem geheimen Code und sowas, den ich gelöst hatte, falls ihr euch erinnert, vor ein paar Stunden. Ähm, es mag vielleicht länger wirken, dass es weg gewesen ist, aber es ist noch nicht so lange her. Ja? Und, ähm, steht denn das noch, dass ihr alle mitkommen wollt? Weil Levi und ich werden auf jeden Fall gehen. Ähm, wir werden vielleicht auch noch privat nochmal vorher in andere Geschäfte gehen wollen oder so. Zum Kaufen von Rüstungen zum Beispiel. Und andere private Sachen machen und, ähm, aber wir können dann ja schon gemeinsam dann Richtung Untergrund. Oder was ist euer Plan? Hat sich ja vielleicht irgendwas verändert, das will ich nur kurz wissen. Ähm, also, ich kann gerne mitkommen. Ich bin auch dabei, da ich es mir auch ewig anhören darf, wenn ich alleine etwas mache dabei. Nein, es ist kein Problem, wenn du alleine etwas machst, es ist nur ein Problem, wenn du dabei andere gefährdest. Und vor allem, wenn es, wenn es, wenn das Menschen, 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 Menschen Kinder sind. Menschen Kinder. Menschen Kinder. Wenn das Kinder sind. Ähm, aber gut. Wie gesagt, darum. Ein anderes Mal. Wir haben momentan Wichtiges zu tun. Tessaya, das klären wir ein anderes Mal. Das haben wir heute schon häufiger gesagt. Wir müssen uns erst mal, es gibt wichtigere Sachen, verledigen. Erstmal. Nomnom. Das stimmt nicht. Würd ich mich zuzudrehen? Zuwählen? Also, wenn Tessaya mitkommt, dann würde ich auch mitgehen. Nun gut, dann haben wir das geklärt. Wunderbar, freue ich mich, dass wir da einer Meinung sind. Dann können wir das ja mit einem Aufschwung erledigen. Dann gleich einen Nagel- und Bescheid geben, wen wir wollen, wen wir nicht wollen. Ähm, und, ähm, also warten wir jetzt noch die paar Minuten ab, bis... Bum, bum, bum. Ach, perfekt. Na gut. Badrun kann sich jetzt ja an Ewig kümmern. Nein, okay. Ich würde aufstehen und nicht zur Tür gehen. Ja, du gehst zur Tür. Du siehst fort ja eine, ähm, eine Menschenfrau, äh, längere braune Haare, die zu so einem Zopf zusammengebutten hat, äh, trägt eine, äh, so, so eine, so, so eine, so, aus fast Twelve-Markt-Uniform, so ein bisschen, ähm, so einen Schürze. Und hinter ihr siehst du halt auf der Straße... Menschenfänger. Zulö, Kinderfänger. Zwei größere Kutschen, wo mehrere Leute draufpassen jeweils, offen mit einem Kissen, was du da siehst auf jeden Fall bequem sitzen kann und hinter ihr steht noch ein Zwergenmann mit rötlichem Haar einen kürzeren Bart auch in einer Arbeitsuniform und sie weinlicheln dich an schönen guten Tag, wir wurden von der Abenteuergilde geschickt, wegen den Kindern. Ja, natürlich und ich würde einmal kurz raustreten und die Tür unter mir zuziehen wurden sie auch von der Abenteuergilde unterrichtet mit diesen Kindern muss besonders sorgsam umgegangen werden, sie sind schwer traumatisiert, kommen unten aus dem Untergrund und haben eine leidliche Zeit hinter sich wurden angegriffen, mussten immer Leben bangen und haben schlecht, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Waisenheim. Das wurde uns besagt, ja. Wunderbar, weil sie wissen natürlich noch nicht, was ihnen jetzt hervorsteht. Wir wollten ihnen die Zeit hier möglichst schön gestalten, dass sie nicht Angst haben müssen und auch jede Stunde, jede Minute bangen davor, vor diesem Moment und ich wollte mir noch mal sicher gehen, dass sie auch Bescheid wissen, nicht dass es dazu ein Missverständnis kommt und dann die Kinder unnötig gestresst werden müssen. Ich verstehe. Natürlich, wir werden uns die größte Mühe geben, dass es den Kindern gut gehen wird und dass wir diese Nachricht so schonend wie möglich ihnen überbringen. Ich bitte sie dafür natürlich auch, dass sie mit uns gemeinsam mit den Kindern reden, dass wir gemeinsam erklären, dass es ihnen besser ergehen wird bei uns, dass sie dort bei uns natürlich die richtigen Verpflegungen bekommen und jeder sein eigenes Zimmer hat und Ähnliches. Ja, natürlich. Soll ich sie dann den Kindern vorstellen oder wollen sie das? Das wäre sehr gut. Okay, wunderbar, dann machen wir das so. Also, noch ganz gut, mein Name ist Helena. Helena. Und, äh, sein Name. Ähm, äh, mein Name ist, äh, Begrun. Begrun? Begrun. Begrun und Helena, das schreiben wir mal auf. Helena, sehr erfreut und Begrun, sehr erfreut. Ähm, Levent, mein Name. Äh, sehr erfreut. So, und dann würde ich die Tür einmal aufmachen. Kommen Sie, kommen Sie bitte rein. Natürlich. Ja, ihr seht dann auch, wie die beiden Herrschaften dann reinkommen. Also bei der Kutsche sind auch zwei weitere Kutsche, die halt da einfach warten bei den Kutschen. Wenn man so. Machen die anderen irgendwas? Also, wenn wir hier noch bei Grunschauen zu euch so. Schönen guten Tag. Ja, ich würde, wenn du rausgehst zum Vorstellen, würde ich mitkommen. Ah, okay. Okay, also hast du das Gespräch mitgekriegt. Ach so, ja, okay. Also, sie sind von der Anenteuergilde, äh, äh, sind halt da, um die Kinder abzuholen, zum Weidenhaus zu bringen, dass bei ihnen nichts zu machen wird, dass sie entrichtet worden sind, dass halt, äh, sie mit Fingerspitzen geführt den Kindern, äh, das erzählen müssen. Und, äh, das sind Helena und Begrun, eine Menschenfrau und ein Zwergenmann. Und, äh, das ist halt, äh, die Bitte ist, dass halt sie alle gemeinsam zusammen mit den Kindern leben. Und es klar machen wird, dass halt es besser ist für ein Weidenhaus als hier in dem, bei euch sozusagen. Ähm, da sich keiner bewegt von uns. Levi, willst du oder, äh, oder soll ich die Kinder rufen? Und das kurz vorstellen? Überleg gerade, wer hat denn von uns bisher am meisten mit den Kindern was gemacht? Nom, nom, also, abgesehen von Tessire, Nom, Tessire, wenn du so willst. Und, nee, du hast auch was vorgelesen, oder? Hast du nicht auch was vorgelesen, Levi? Oder? Das, einen von den Kindern hast du, äh, zum Schaf hast du. Du hast ja das, 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 das Priesterkind herangezogen, ja. Richtig. Also, das haben sie halt viel mit, natürlich auch mit Wolfie, wahrscheinlich auch mit Hank, durchaus. Aus. Äh, die sind ja noch, wir sind ja noch alle hier im Raum, ne? Na, die Kinder haben sich verteilt halt. Jaja, aber ich meine, der Rest von uns sitzt hier, sitzt zusammen. Achso, hier, ja. Tessire, da, da du ja die größte Bezugsperson eigentlich bist, möchtest du die Kinder dann herrufen? Und ihnen das kurz erklären, was Phase ist, oder sollen wir das machen? Ich denke, es wäre am besten, wenn denn alle gemeinsam. Also, am besten einfach nur die Kinder herrufen. Alle, achso, alle gleichzeitig. Ich dachte, ja, okay. Dass sie sehen, das ist halt eine, das ist halt eine Gemeinschaft, das ist halt... Ja, nur denn, ja, ich verstehe, irgendwie bewegt sie. Wir müssen uns um sie sorgen. Kinder! Hallo! Ja, du. Kinder kommen dann, äh, angerannt, also es kommen einige auch von draußen wieder rein. Was ist denn? Ich würde mit den Kindern, ich würde mit ein paar Kindern von draußen reingerannt kommen. Was ist denn? Achso, da war nicht da, okay. Ja, die haben gespielt draußen. Okay. Ich würde mich, wenn die so zusammenkommen, hier in der Mitte, bei dem Teppich da, einfach mal auf den Boden setzen und ihnen so mit der Hand bedeuten, dass sie sich mit in einen Kreis setzen sollen. Okay. Nee, wir haben ja auch gesagt, er wäre da. Nonon kommt auch wahrscheinlich hingegrannt. Setzt sich dazu. Setzt sich so dazu wahrscheinlich. Das war ein bisschen grimmig aus, aber das ist jetzt der Zwergmann und hier noch die Helena. Icons dazu. Ich weiß, weil nicht die ganzen Kinder-Icons dazu, weil das dort ewig. Ja, alles gut. Alles gut. Wir können uns das vorstellen. So viel Vorschläge haben wir nur. Okay. Das ist ein fauler Spielleiter. Gut, dann können wir alle hin. So, dann dauert das ganz kurz. Jetzt kann ich mir das auch viel besser vorstellen, wie das aussieht. So, das sind die Kinder. Achso, sehen die aus. Das sind ja quasi kleine Erwachsene. Ey. Hätte ich das vorher gewusst. Ach du Scheiße. Ja, echt. Ich glaube, die sind viel hässlicher. Dann hätte ich mich nicht mehr zu kämpfen, die bei uns zu lassen. Wow. Jesus. Wow, wow, wow. Okay. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, alle angerannt, setzen sich dann auch so da um die Zeile rum und schauen, wieder neugierig fragen zu den anderen. Sind das auch wieder welche, die hier arbeiten wollen? Nein, das sind Leute, die mit der Abenteurer-Gilde zusammenarbeiten und mit euch darüber sprechen wollen, wie es ab jetzt weitergeht. Und in dem, wenn du so sagst, das hat alle Kinder sofort so ein bisschen, gerade eben auch lachend und lächeln die ganze Zeit, sind alle jetzt ein bisschen so, sofort, mehr hat sich zusammengefallen so ein bisschen und vielleicht nicht unbedingt gedrückt, aber zumindest lächeln sie nicht mehr alle so mega. Wieso, was meinst du denn? Und die Kinder schauen sich so alle gegenseitig an und dann sagt sie, ja, wir haben schon damit gerechtet, dass wir wahrscheinlich nicht ewig hier bei euch sein können, oder? Ja, das ist leider richtig und ich weiß, dass euch diese Vorstellung viel Angst machen wird, aber ich bitte euch trotzdem, dass ihr euch die beiden anhört, denn das Letzte, was wir wollen würden, wäre, dass es am Ende umsonst war, euch gerettet zu haben. Und diese beiden werden in der Lage sein, euch eine Zukunft zu ermöglichen. Das ist korrekt und Helena kommt auch so ein bisschen näher und setzt sich dann auch auf den Boden, Begrunen auch. Mein Name ist Helena und das ist mein Freund Begrun. Wir wurden von der Abenteuergilde geschickt und ich verstehe, dass ihr viel durchgemacht habt, liebe Kinder. Und auch, dass es durchaus viel Mut verlangt, das alles durchzustehen, was ihr erlebt habt. Und auch, dass ihr Angst vielleicht davor habt, wo es als nächstes hingeht. Aber wir können euch versichern, bei uns zu Hause wird es euch an nichts mangeln. Ihr werdet euer eigenes Zimmer haben, viele andere Kinder, mit denen ihr spielen könnt. Ihr habt genug Verpflegung bei uns, wir kochen jeden Tag für euch. Ihr habt ein großes Grundstück, wo ihr spielen könnt, frei rumlaufen könnt, wie ihr möchtet. Und wir sorgen auch dafür, dass ihr zur Schule gehen könnt. Und ich sage einfach den Kindern so, also es wäre so ein doofes Waisenhaus. So nennt man das Haus wohl, ja. Aber wir sind anders als die, die ihr vielleicht im Untergrund erlebt habt. Wir wissen, dass es einige unschöne Waisenhäuser im Untergrund sind. Welche, die in Kontakt mit Leuten sind, die nicht das Beste für euch wollen. Aber wir können euch vergewissern, dass wir in direkter Zusammenarbeit auch mit der Abenteuerkilde, wir werden regelmäßig auch geprüft von anderen Erwachsenen, die nur das Beste für euch wollen. Die prüfen, ob wirklich alles gut bei uns ist. Und falls auf einmal doch irgendetwas nicht richtig sein sollte, würde sofort, würden wir, ich und Begrun, dafür bestraft werden. Und es würden andere dazukommen, die dafür sorgen, dass es euch an nichts mangelt. Dass es euch gut geht. Das kann ich euch versprechen. Und auch eure neuen Freunde hier, die Demokraten, sie können natürlich jederzeit euch besuchen kommen. Wir können mit ihnen spielen, mit ihnen reden. Sie sind nicht aus der Welt. Nicht wahr? Ich schaue doch mal kurz zu euch alle einmal. Also ich würde euch so oft besuchen kommen, wie es geht. Nein, natürlich sind wir nicht aus der Welt. Wir werden uns jegliche Mühe geben, wann immer wir hier wieder sind, immer mal vorbeizuschauen. Vielleicht können wir ja auch bei euch übernachten, wenn wir hier sind. Oder? Das lässt sich doch einmal einrichten, natürlich. Ihr seht, Kinder, also es ist wirklich nur zu eurem Besten. Denn ihr seht doch, auch wenn das Haus jetzt mal groß erscheint, aber hier ist längst nicht genug Platz für euch alle. So viele, wie ihr seid. Und dazu gehört ja auch noch die Demokraten selber. Und die Demokraten haben natürlich auch viel zu tun. Haben viel Arbeit vor sich, bei denen sie viel unterwegs sein müssen. Es kann auch sein, dass sie öfters vielleicht mal einige Wochen vielleicht gar nicht hier sind. Und dann wird die ganze Zeit hier alleine. Und das wollt ihr doch. Bei uns ist immer jemand da. Und ihr seid niemals alleine. Immer ist jemand da, der sich um euch karrt. Versteht ihr das? Und ich würde jetzt einmal, ich würde auch für die beiden, aber auch von euch, bitte gerne mal ein generell Charismawurf oder auftreten oder überzeugen. Von jedem von euch. Das ist so ein Gruppeneffort. Charisma, auftreten oder überzeugen. Genau. Nehme ich überzeugen. Das ist eine 21. Okay. Wir haben 21. Dann. 14. 21, 14. Da hat immer eine 3. Plus 7. 9, 9. 4. Ich habe 7 in Auftreten, ja. Da ich auf Auftreten eine 5 habe, ist das eine 8. Okay. Ich habe jetzt 21, 14, 4, 8 und... Das hat noch nicht. 14. Warte, ich. Nob, Nob, was ist du? Ich habe eine 1 gewöckelt. Yeah. Okay, okay, okay. Helena kommt auf eine 20, also dringere 20 und Begrun auf eine 18. Uh. Okay. Also, es hält sich dadurch, dass es ein kritischer Fail ist, hält es sich tatsächlich die Waage ziemlich, wie die Kinder das wahrnehmen. Also, ihr seht, dass die Kinder halt, nachdem alle so ein bisschen reden und so weiter, wirken halt sehr zwiegespannend. In dem Part sind es so, wenn sie so ein bisschen nicken und so ein bisschen zu Helena und Begrun schauen und vielleicht wird klarkommen, dass ja auch das Einige halt, also vor allem Billy scheint sich so ein bisschen mehr zurück, also so ein bisschen Schritt zurück. Es hilft auch nicht so genau, dass bei Nom, Nom ja vielleicht selber so ein paar Tränchen kullern, als ich vorstelle, dass all ihre neuen Spielkameraden wieder weggehen. Und, und, ja, so ein paar Kinder kommen ja auch zu Nom, Nom und umarmen sie und alles so und, und, aber wir würden lieber hierbleiben. Habt keine Angst, Kinder, egal wohin ihr geht, das heilige Schaf wird immer über euch wachen, wie, ich hab, hast du mir den Namen von dem Kind gesagt, mit dem ich geredet habe, schon da drüber? Äh, das Tokio ist auf jeden Fall ihrs hier und, Moment. Auch die ältere, ne? Einer der älteren, ja. Ja, perfekt. Wo hab ich ganz Kindernamen nochmal, warte, 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 warte. Äh, Lissi bitte nochmal vor die Namen. Wir haben, äh, Billy, Peter, Clara, Jasmin, Lukas, Julia, Millie, Lilly, Borg, Clork, Leo und Marie. Borg? Reden sie mal. Borg, jedes Mal ein Knaller. Borg und Clork, das sind die beiden Halbock-Zwinge. Borg, das ist Lilly und das ist Susi und das ist Paul, das ist Peter, das ist Borg. Borg. Borg und Clork. Jasmin und Leo sind die Tieflinge. Marie habe ich mir als Elfe aufgeschrieben, aber da weiß ich nicht, wie die zweite Elfe heißt. Na, wann kann man nochmal Knappen haben, ab welchem Alter? Äh, also, das ist ein Problem wegen der Ausbildung, 16 war, sag ich mir gesagt. Wie alt ist die älteste? Die älteste 12. Okay. Das wäre dann auch die, äh, Marie. Und, äh... Ich hätte gedacht, dass 12 oder eigentlich 14 ein ganz gutes Alter dafür ist, wenn man bedenkt, Mittelalter... Ja, aber der Spielleiter sagt was anderes. Ja, der denkt sich immer spontan Sachen aus, außerdem hasst er Kinder und Demokratie. Korrekt. Das wäre, äh... Das ist richtig. Ich unterstütze diese Ausgabe. Also, wer von denen jetzt mit dir nochmal geredet hat, ich bin, äh, ich glaube, Lilly war's. Sie hier. Ich glaube, Lilly, ich schon sonst noch eine Folge machen. Ich glaube, Lilly war's. Oh mein, vier Jahre. Okay, sagen wir einfach. Ich, ich habe Lilly auch schon gesagt, worum es geht. Lilly weiß Bescheid, wendet euch an sie. Sie kann euch über das heilige Schaf erzählen. Das Buch habe ich ihr ja gegeben, ne? Das Buch hast du ja gegeben, ja. Das Buch hast du ja, äh, erhalten. Das hat sich daraus vorgelesen, weil sie selber nicht lesen kann. Achso. Und ich bin mir sicher, dass man Lilly auch das Lesen beibringen wird. Und dann gucke ich sie ein bisschen zur Seite. Ach, natürlich, natürlich. Und dann kann sie euch jeden Abend die Geschichte des heiligen Schafes vorlesen. Und die Lehren des goldenen Schafes werden euch beschützen und sich wie eine, wie ein heilendes Schild vor euer Herz spannen. Oder so. Oder so. Oder so. Sehr überzeugend. So, so ungefähr. Hört, hört. Und Lilly so, ähm, ja genau, also, ähm, ich, ich werde ihm die größte Mühe geben und, und euch die Geschichten vorlesen und, wir hatten ja selber schon drüber geredet, das wisst ihr, dass, dass, wir können nicht immer hierbleiben wahrscheinlich und, ich sag, also, Sie schreiben jetzt zu jedem von euch nochmal so, ihr sagt, wir können ihnen doch vertrauen, nicht wahr? Ich möchte einmal auf Menschen Kenntnis würfeln. Bei denen. Oh Gott. Mach das Motiv erkennen. Welchen Menschen möchtest du denn kennen? Helena, möchtest du Helena oder Begrun? Beide. Helena. Eine, zwei. Helena ist wirklich ein verschlossenes Buch, dadurch, du kannst, sie lächelt dich an, aber du kannst sonst nichts wirklich rein erbetrieren bei dieser Frau. Ja, aber wenn sie lächelt, dann vertraue ich ihr. Okay, ich glaube ihr. Und ihr wisst ja, dass wir von der Abenteurergelde sind und letztendlich, wenn auch auf Umwegen zu eurer Rettung gekommen sind und ich habe euch ja erzählt von meiner heldenhaften Gruppe um die anderen. Und wir sind bei derselben Gilde wie diese Leute. Wir gehen davon aus, dass sie nur euer Bestes werden. Und wenn sie ihnen vertrauen, dann vertraue ich ihnen auch. Also ich denke, es wäre das Beste, wenn wir mit ihnen gehen. Dann blicken so ein paar Kinder und eine kommen dann auch so zu ihr. Dann hat er nur so vier Kinder, die halt noch so an Nom Nom so ein bisschen klappern. Also Billy würde auch so langsam dann auch so Desire nochmal direkt zu denen gehen. Kommst du zumindest ab und zu vorbei und zeigst uns coole neue Tricks? Nein. Ich werde, solange ich immer wieder zurückkehre, bei euch vorbeischauen. Er schaut jetzt ein bisschen besorgwürdig an. Es ist so gefährlich, was ihr macht. Sehr gefährlich. Und würde ihn dann so ein bisschen anlächeln und ihm so einmal an die Schulter klopfen. Aber ihr seid ja stark. Ihr habt ja die bösen Männer auch einfach weggemacht. Ganz einfach. Schnitt zurück, wie ich auf den Bodendigger auf dir auf den Bodendigger. Na gut, dann würde er auch so zu ihnen hingehen. Statt die Kinder im Arm nochmal so ganz toll in Nom Nom. Und du kommst wirklich immer vorbei und spielst mit uns. Und ich komm immer vorbei, soweit wir da sind. Und ich werde versuchen auch von jeder Reise, die wir haben, was mitzubringen für euch. Oh ja. Und dann spielen wir immer ganz viel. Ja. Okay. Sie drücken dich nochmal alle ganz, ganz doll. Ja. Dann würden sie, wenn du sie lässt zumindest, würden sie dann halt auch rüber gehen. Nein. Hält die ganze Zeit Mörb einfach nur fest. Mörb, 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 Mörb. Mörb. Das wäre die Kleine hier. Das wäre so, Mörb, Mörb. Und zum Abschied ein trauriges Mörb. Mörb, Mörb. War das nicht Mörb? Ich dachte, das wäre Mörb. Ich dachte, das wäre Mörb gewesen. Mörb, Mörb, Mörb. Mörb, Mörb. Mörb, Mörb. Mörb, Mörb, Mörb. Mörb, 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 Mörb. Dass sie fast gestorben ist, sie war es doch, ne? Mörb war. Ach, was weiß ich. Ja, ja. Ja, ja. Am Anfang hat sie die fast Sterbenden versucht zu heilen. Und dann ist sie, glaube ich, am Ende wurde sie, glaube ich, einmal selber. Ja, Tatsache, Lilly ist Mörb. Stimmt. Lilly ist Mörb. Lilly ist Mörb. Und jetzt auch noch Verbreitung des goldenen Schafs. Weil sie ja fast gestorben ist, deswegen ist er zu dir gekommen wegen den Heilen und so weiter und hat sich ja das angehört mit den goldenen Schafen. Sie ist einfach jetzt schon eine Legende. Stimmt, Lili ist Mörb, ja. Mörb zurückgekommen von den Toten und verbreitet jetzt die Lehren des heiligen Schafs. Das heilige Schaf hat sich sprechen gelernt. Ja. Mörb! Seht dieses Kind, das heilige Schaf hat die im Kind sprechen gelehrt. Mörb! Kannst du was anderes sagen? Nein. Aber die Frosche ist auch geil, dass die ganze Zeit nur Mörb sagt und dann Mörb, was wichtig ist, ja, ich denke auch, dass wir mit ihm gehen sollen. Genau, gerade die wichtige Rede, so ist gut. Mörb! Nein, den Kindern geht's gut, die sind nicht irgendwie traumatisiert oder sonst irgendwas. Die sind völlig normal. Also Kinder kommen alle hin und erinnere, liegt dann euch auch zu und zu den Kindern. Sehr schön. Dann draußen warten einige Kutschen. Dann würde ich sagen, dann habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr noch sammeln wollt, mitnehmen sollt. Schaut dabei auch so ein bisschen Frage zu euch. Tschüss. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwelche Sachen noch hier rumliegen. Ich habe auch nicht so drauf geachtet. Nomnom hatten die irgendwelche oder Tessai hatten die irgendwelche, hattet ihr irgendwelche Sachen noch hier? Habt ihr mit irgendwas gespielt? Hattet ihr, wurde euch irgendwas geschenkt oder so von irgendjemandem, keine Ahnung, gab es Andenken? Darf ich das Buch mitbehalten? Falls denn so Lili dich, Levi? Na klar, das ist ein Geschenk. Und sobald ihr Lesen beigebracht wird und so wie ich dich kenne, wirst du das sehr schnell lernen. Mhm. Kannst du das Buch weiter lesen und wenn du den Inhalt kennst, kannst du es den anderen vorlesen und das mache ich. Ihnen vorlesen und Geschichten über das heilige Schaf erzählen. Das mache ich. Ich glaube, das bucht ein bisschen mehr an sich. Wieder einen Fanatiker geschaffen. Wenn wir das nächste Mal wiederkommen, haben alle zwölf Kinder ein Afro. Das liegt eigentlich gar nicht an den Hummel-Dumpel gehen, sondern einfach generell, weil man halt diesem Glauben angehört, dann auch automatisch. Je mehr man glaubt, umso mehr kräusern sich die Leute. Genau, genau. In Ordnung. Dann, wenn ihr alles soweit habt, dann durchs Samen brechen wir auf. Und dann würden Helena und Begrun ausstehen, mal zur Tür gehen, aufmachen und dann ein bisschen draußen noch warten. Und die Kinder kommen dann zu jedem Einzelnen von euch und würden versuchen, jeden Einzelnen von euch immer noch zu umarmen. Und danke nochmal für alles. Danke, 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 danke. Und würde die erst umarmen, ein bisschen länger knuddeln, also vor allem normal wird immer dauerhaft länger geknuddelt. Ja. Ich würde auch jeden namentlich verabschieden. Tschüss Marie und tschüss Jasmin und tschüss Leo und tschüss Borg und tschüss Glock und tschüss Lilly. Ja, aber ich war Glock und ich bin Borg. Borg. Oh, und Möp. Borg, Glock, und Möp. Oh Gott. Und ja, und Billy umarmt dich auch nochmal Tessaya und auch wenn es alles nicht so gut angefangen hatte, aber trotzdem danke für alles. Und sorry nochmal wegen dem Finden und so. Ähm. Sorry, dass ich dich kurzfristig umgebracht hab. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Irgendwie es war alles nur schwarz auf einmal. Ne, trotzdem Entschuldigung. Ähm. Mach das Beste draus, dass es nicht dabei geblieben ist. Machen wir. Und dann würden sie alle so ein bisschen traurig bedrückt, einige mit Tränchen in den Augen, würden dann so Stück für Stück aus dem Haus rausgehen. Passt auf euch auf. Ihr auch. Seid artig, lernfleißig. Und... Machen wir. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Und vielleicht werdet ihr auch mal abenteurer. Ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft. Ich will auf jeden Fall auch abenteurer werden. Ich auch. Ich auch. Na gut, Kinder, dann, ähm... Bitte, kommt doch in den Kutschen. Wenn wir uns alle auf den Kutschen so lange gehen, Helena kommt noch mal zu euch. Vielen lieben Dank für, dass ihr auf die Kinder aufgepasst habt. Und danke auch, dass es alles so reibungslos jetzt funktioniert. Und wie sagt, ähm... Sie will euch so einen Schittzettel geben, wo eine Adresse draus steht. Dort befindet sich unser Waisenhaus. Wie sagt, Sie können jederzeit gerne vorbeikommen und die Kinder besuchen, wenn Sie möchten. Vielen Dank für die Mühe und für den guten reibungslosen Ablauf. Passen Sie auf die Kinder auf. Das werden wir. Und dann einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihren Abendfeuern. Danke. Gleichfalls auch viel Erfolg bei Ihren Abendfeuern. Dankeschön. Und dann würden die ganzen Kinder auf die Kutschen verteilt werden. Und dann wingen alle Kinder euch so zu Tschüss, Ciao, während die Kutschen dann anfangen, sich in Bewegung zu setzen in Richtung des neuen Waisenhauses. Und damit sind die Kinder aus dem Haus raus. Es wird wieder viel, viel ruhiger. Dieben hat seinen Willen durchgesetzt. Für den Spieler, der wird es sehr viel ruhiger. Für den Spieler, der wird es sehr viel ruhiger. Und was jetzt unsere Abenteuer als neuen Abenteuer erleben werden, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, es hat euch einen viel, viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, tschüss.